Wie auch immer unsere digitale Welt in einigen Jahren aussehen wird, schon heute steht fest, die Zukunft liegt in der Vernetzung. Und das auf jeder Ebene. Zwischen Städteplanern und Mobilitäts-Apps, Ernährungswissenschaftlern und Kühlschränken, Modedesignern und smarter Kleidung, aber auch zwischen Medizinern und Start-ups, deutschen Schülern und dem Silicon Valley, Politikern und smarten Ingenieuren, Experten für IT-Sicherheit und den Visionären der Industrie 4.0. Der VDE bringt die Macher des Internet der Dinge zusammen. Unser Netzwerk bietet Akteuren und Entscheidern eine ideale Plattform, um sich auszutauschen und zu vernetzen. Fachübergreifend und direkt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die digitale Revolution liegt nicht in der Zukunft. Sie ist im vollen Gange. Roboter werden teamfähig. Hand in Hand mit Menschen, in der Produktion, in der Service, in der Pflege. Und das Internet wird Schritt für Schritt zum Betriebssystem unserer Industrie. In Zukunft ist jedes Unternehmen ein digitales Unternehmen. Und ich glaube, meine Vorredner haben den Case sehr, sehr stark gemacht. Ich glaube, das ist tatsächlich so. Es wird jede Branche digital werden. Die Digitalisierung unserer Branchen kann nur funktionieren, wenn die bestehenden Mitarbeiter mit ihrem ganz spezifischen Know-how aus dieser physischen Welt mit an Bord sind, um diesen Wandel mitzugestalten. Wir sitzen damit ja zugleich auf einem riesigen Datenschatz. Aber die Frage, werden wir es schaffen, in einer Datenökonomie am Ende diese Geschäfte dann auch mit den Daten zu machen, die Daten auszuwerten und daraus neue Geschäftsmodelle entwickeln. Entscheidend für den Erfolg des digitalen Wandels wird sein, dass Hersteller, Anwender, Anbieter gleichermaßen bereit sind, ihr Know-how einzubringen. Und das tun sie nur, wenn sie für ihr Know-how auch einen wirtschaftlichen Erfolg erreichen können. Disruption und Tradition, das kann in den kommenden Jahrzehnten zu dem Erfolgsmodell für unser Land werden. Denn alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Und ich gehe mal einen Schritt weiter, alles, was miteinander kommunizieren kann, also Connectivity wird auch miteinander kommunizieren. Wir glauben an das digitale Wirtschaftswunder made in Germany. Wir glauben, dass Deutschland zu einem Impulsgeber werden kann. Aber ich würde sagen, es liegt an uns. Damit vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.